wir brauchen noch ungefähr 2.000 xp oder 1.000 weil ich bin so müde ich bin seit 21 stunden im spiel ich werde verstehen wir mal meine bachs hier 100% wo ist mein level ab wir wurden gescannt ich habe 100% ich will mein level ab haben den mal weg ich glaube fairbanks würde nicht reichen oder außer der gibt jetzt irgendwie super flexp vielleicht kriegen wir ein level ab bei dem boss fight das wäre es und ok wir kriegen ein level ab bei dem boss fight leute so let's go gib uns gibt er jetzt schon extrem wenn es erstmal um die damen level und schild das wäre nice und gleich nummer egal müssen warten dass unsere bilder auf hört sich jetzt alleine kann ich leider nicht rein und die gilt das level 36 leider müssen wir uns noch gedulden ein bisschen alleine kann ich leider nicht nummerig angehen fjur hast du mehr damage auf spalten ne der spalten im fury baum ist scammed diese 120% sind auf dem bonus damage also auf den 10 damage drauf siehst du diesen waffen schaden plus 10 darauf skalieren die 120 prozent auf 10 damage das ist komplett trash und johuu we did it level 40 jetzt müssen wir noch ein schild looten gibt das schild noch so schild bitte bitte johuu das schild auch noch gedroppt in 10 und ihr wisst was jetzt passiert ne ich habe nichts mehr zu tun wann phase 3 leute es gibt aber nichts mehr zu tun im game na wann kommt denn die phase 3 raus ich langweil mich so ein mist geht's it leute vielen dank liebe 2 4